Xbox One oder doch PS4, verdammt nochmal, was schenke ich mir? Will ich Multimedia oder Zocken? Fast egal, denn beide rocken. Doch Pech gehabt, denk ich ergriffen, beide sind schon längst vergriffen. Nicht vorbestellt, schon Ende Mai geht Weihnachten ohne sie vorbei. Mit etwas Glück im Januar sind beide wieder verfügbar. Doch lange Wartelisten schicken Spieler auf die Pisten. Ob Mediamarkt oder Amazon, irgendwo, da gibt's sie schon. Die Hoffnung stirbt jedoch zuletzt, für dieses Jahr hat's ausgehetzt. Nirgendwo gibt es hier eine Xbox oder Play C4. Greife verzweifelt ich ins Klo und kaufe doch noch ein DS2. Bitte lieber Weihnachtsmann, schaffe eine Xbox ran. Lieber noch die PS4, ja die wünsche ich mir von dir. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest und besinnliche Feiertage.